Und damit herzlich willkommen zurück zu Minecraft MegaMind! Ich strukturiere hier gerade das Haus um. Ich hoffe der letzte Part ist nicht weg. Das wäre sehr ärgerlich. Also ich strukturiere immer noch das Haus um, besser gesagt. Wir sind immer noch dabei das Badezimmer auszubauen. Im letzten Part bin ich irgendwie nur hin und her gerannt. Jörg ist noch dabei, Freddy ist gerade gemutet, immer noch. Jörg erzähl mal was machst du gerade. Nee, der andere gehört ja mit unserem Baum-Farmhaus. Ach, du wolltest ganz spannende Sache. Ja, nee. Können wir uns nichts spannendes vorstellen. Ja, genau. Also ich kann mich auch den ganzen Tag machen. Ist schon echt gut, sagst du. Aber du musst du auch mal noch arbeiten. Schade. Ja. Es kommt in das Arbeiten und das ist in das Kitschiker, das auch nicht. Sorry, Kitschiker. Ja, jetzt muss ich hier wieder die Hälfte des Dachs hin. Ich bin gespannt, bevor das im Endeffekt hinführen wird. Mein Haus. Außer natürlich zu viel zu groß. Also mein Haus natürlich genau passend, aber einige Leute sehen das ja nicht so und sagen. Oh, dein Haus ist viel zu groß. Ich will jetzt keinen Namen hier, Jörg. als auf der Milky Way, schon noch gar nicht Wetter, wenn wir mal dapassen, was würde ich. Auch tatsächlich gut machen die ja vor allem bei Minecraft wo es ja auch so unendlich viele Möglichkeiten ohne Mods gibt das kann einfach nur zu klein sein oder zu klein ja ich weiß ich könnte mir jetzt noch kurz volle Blöcke holen aber ich kann es auch ganz gut hinlassen wie man sieht ach klar ich bockle ich erstmal ein zu weit und wieder ein zu weit hat man heute nicht zur Arbeit war die der Fürster richtig kommt da los ich weiß auch nicht ich glaube der hat da akute Lustlosigkeit stand aber bei denjenigen auf dem Zettel wo ich mir denke dass er dann drauf stand nein da stand er nicht drauf es stand nirgendwo drauf also wusste er ja die ich weiß nicht ob Prozent Barthes wusste ja er kommt da auch nicht drauf an ob einer mehr oder weniger ne ne nicht mehr wirklich hasse recht Patrick hasse recht hat er aber recht Patrick so wenn man Treppenhaus ist jetzt ein nach rechts gewandert nein zwei drei nach links Entschuldigung damit ich mein Klo eventuell noch schöner gestalten ich bin noch nicht was ich bin noch nicht das verstehe ich nicht ich bin noch nicht okay ich bin noch mal zwei ciao okay ciao äh könntest du mir mal kurz Dark Oakwood mitbringen nee ich hab nicht scheiße ich hab ihn noch nicht angebaut ja im Lager müsst ihr es liegen mit dem Baum vor deiner Haustür fällen ja ich hoffe im Lager liegt noch was ich hab kein Bock den schon wieder zu fällen dann verpeile ich nämlich immer die Saplings aufzusammeln um ein dringend nur noch nicht nein das wird das ganze Spiel an die es für den ganzen Schöne gebrochen kann ja die und das geht nicht alter der Städten Krieger mit dem vorm Lagerhaus ich weiß es hat man wird erst im Schiff bis zu wahnsinnig so kann zu tun es steht direkt im Schiff wo mit dem ich habe schon was geworfen obwohl Alter wenn der unsere Lagerkisten in Stücke springen ich habe es dort ja hier ist noch Dark Oakwood ich habe schon immer wieder dazu gekleistert lassen wir mal Teppiche hier hier kommen mit dem Teppich weg da liegen Teppich in Berlin Woll und Bauer und jetzt liegt da noch ein roter Wollblock ach was will ich hin jetzt ist der Krieger da weg jetzt ist der Wollkopf er kommt ja genau das haben wir auch noch ja genau das haben wir auch noch er hat Freddy halbes Haus abgerissen Shit Ciao Ciao oh man alles kaputt alles kaputt alles kaputt vielleicht ist er gerade nicht da dann baue ich es in der Zeit mal eben schnell wieder auf und sieht er es gar nicht werde ich in seinem Haus irgendwo in seinem Haus irgendwo in seinem Haus in seinem Keller ist nichts passiert da liegt ein Dachboden ja hallo oh ich weiß nicht wovon du redest Jörg sagt nicht wir auch ich hoffe da war kein Fenster da war ein Tänzer da war ein Tänzer steht da einfach nur rum es ist ja auch nichts passiert was ihn hätte aufweckt ich weiß nicht wovon du redest Jörg ich weiß nicht wovon du redest Jörg Rampon weg und wie nicht mehr nach Neweil kein Gras drin hat herrn das scheiße das ist doch scheiße das ist doch scheiße weil sie an deinem Haus nichts passiert das kannst du gerne nachprüfen ich habe nur zwei drei Schafe vor dem Haus gerasen lassen deshalb ist er kein Rasen mehr warte mal ich baue mal da Ahoi Leichtmatrosen Hi Hallo Na dann schluck auch weg ja warst du etwa gar nicht da ja warst du etwa die ganze Zeit gar nicht da ja gut Gott sei Dank Aua warum haust du mich? weil du mein Haus bist was hast du gemacht? gar nichts du kannst mir nichts nachweisen wieso nimmst du dich gerade auf? ich nehm grad auf ja shit ich nicht ich kann das irgendwann nachweisen Mist aber er ist in einem Monat geht schon da weiß er das schon gar nicht mehr da hat er das vergessen ich wollte hier grad einen Dreckblock reinpacken und hab keinen Dreckblock dabei willst du mich verarschen hast du mal eine geheime Workout gefunden? nein aber vielleicht der Creeper welcher Creeper? weiß ich nicht ich weiß nicht wo der vom Haus explodiert ist welcher? ich weiß nichts von dem Creeper der von deinem Haus explodiert ist achso du hast dich einfach nur so da Dreck hingepflanzt nee nee ich hab da kein Dreck hingepflanzt da ist er wollte ein Schaf grasen und so der ganze Herde Schafe ich besorge übrigens grad Tampon grünes Gras nicht wundern das dann doch in der Wand ist wieso ich hab hier einfach nur da hat ein Schaf gegessen ein Einzelnes es hatte Hunger achso an deinem Haus ist doch nicht so oder? sehe ich das sehe ich das falsch? sehe ich das falsch? das neue Fenster nein ich hab die geputzt warte Moment siehst du? achso danke bitte ich bekomme ich bekomme ich kann dir ein rotes Fenster reinmachen können ja los was wird der schwarze? du musst sagen wenn du fast tot bist ich achte da nicht drauf wenn ich dich jage und dein Bogen hat Stärke 4 ja da achte ich doch nicht drauf schnell versteckt aber ich hab ich nicht sieh nein nein ich seh dich nicht gut dass du das niegst ja gut dass du das niegst nee ich kann nicht genau geh einfach weg ich seh dich ich kann nicht sehen das ist dir klar oder? nein ich bin unsichtbar ich bin ein Schattenläufer er sieht mich nicht geht einfach mir vorbei die waren oben ne Mensch ich weiß ich bin ich ich weiß er hat mich gesehen Jörg Hilfe der Verrückter Schwarzer verfolgt mich Hilfe Hilfe ich werde attackiert ich weiß nicht mal wo du bist ich weiß ja nicht mal wo du bist ist gut so. Der Server hängt so sehr, dass ich dich nicht schlagen kann ich halte mich darauf Hilfe Hilfe Verfolgst du mich immer noch? Nein Du warst schon was ich einfach nach hinten geguckt habe mit R5 ne? Ja Jetzt habe ich kein Essen mehr Ich krieg dich nochmal Für was? Ja Hauptsache es ist ein nagelneues Diamantschwert Hast du seine Rüstung eigentlich auch genommen? Ja ich habe seine Rüstung auch genommen Ach so ist das ja schön Teilweise Er hat ja keine Schuhe Es hat Kirchen in der ganzen Schuhe lassen Das war die Rüstung, die ich da reingepätigt, Nicker Danke آh Och Leica Ich halte dich auch mal aus dem Fall wieder Eine 給ate Vielen Dank. Vielen Dank. Alter. Ich krieg die Treppen nicht abgebaut. Ich bau dir jetzt zum achten Mal ab. Hallo Jörg, ich beobachte dich. Ich weiß übrigens nicht, was du mit Pfeilen meinst. Ach so. Wenn man eine Ender-Chess hat und die abgebaut wurde, ist das doch einem komplett egal, oder? Ja. Ziemlich. Wie gesagt, Ender-Augen haben wir jetzt genug. Wir brauchen nur noch Obsidian. Jörg darf dich anschießen. Ja, ich kann dich auch anschießen. Ja, aber du brennst jetzt. Nein, mach du nicht. War die Rücken gemacht. Toll, jetzt habe ich keine Axt mehr. Hier bist du gerade in meinem Haus, Jörg. Ich habe dir nur Axt dahin gebrochen. Was ist los mit dir? Du warst in meinem Haus. Und? Nein. Hey, guck mal nach rechts. Du hast nicht nach rechts geguckt. Hallo? Wo machst du denn? Sorry, fuck. Ich dachte, Freddy folgt mir. Ist das doch fast dergleichen Klamen, die gerade aus dem Fenster gefallen sind? Alter, ich komme nicht durch die Tür durch. Jörg, du hast eine Axt von mir aufgehoben. Hier sind übrigens noch Diamantschwerter und so. Brauchst du die noch, Jörg? Ich versuche mich jetzt nicht. Du mal noch. Sorry. Ich habe jetzt die kaputte Axt genommen, für kannst du die Heile haben. Bitte das Diamantschwerter zurückgehen. Wo bist du denn? Wenn man noch da oben geht, dann meine Sachen einkaufen. Ja, ich bring's dir. Aber ich leg's dir vor die Tür, ich darf hier in sein Haus rein, dann hörte der mich. Ja, kenn ich. Ich habe mich schon mal gemerkt. Du darfst eigentlich in mein Haus rein. Ich dachte, nur Freddy folgt mir. Es liegt alles vor der Tür. Schön, meine Hose ist weg wieder. Wie ist es denn, meine Hose ist weg? Wie ist es denn, meine Hose ist weg? Wo ist die hin? Nee, ich habe schon wieder nicht. Der nette Leute, die geben mir die Sachen wie hier. Ich nehme übrigens immer noch auf, falls man das hier sieht. Boah, ist das dunkel hier oben, ey. Sprint doch, du bist gewohrt. Ich folge dir schon nicht mehr. Hilfe, Hilfe. Ich hasse noch was. Ich sprüche dich, ich rück's nochmal, das passiert aber nichts. Ja, man sprintet ja auch nicht mehr mit weh. Doch. Welcher unmoderne Mensch sprintet denn noch mit weh? Ich. Ich merke's schon. Jetzt ist es auch um, auf... Mh... Ich habe schon erstmal seine Eigenstadt fast von Zomi getötet. So, du darfst jetzt übrigens auch wieder reinkommen. Ich schlag dich nicht mehr. Boah, ich bin wieder meine 10 Level weg, ey. Ich habe mich eben auch ganz schön abgefuckt. Ja. Ja, aber bei Fisch ist es einfach so, er sagt nicht, wenn er fast tot ist. Ich habe auch nicht gesagt, als er fast tot war. Ja, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass du auf mich einhaust. Ich habe auch ein bisschen zu schnell auf dich eingehaut, dass du halt Stopp hättest sagen können. Du warst ja schon tot, als ich das dritte Mal zugeschlagen habe. Ja, ich schlag, ja. Sorry, dass ich lebe. Ich dachte, du machst erst mal nur so zwei Schläge als Scherz. Und dann haust du immer weiter und dann, ja. Ja, ich dachte, du wärst Freddy. Und der hat's verdient. Warum? Warum nicht? Du hast dich töten lassen. Ich habe gar nichts gemacht. Na gut, dass das Spiel gerade nicht laggt. Bei mir lag nichts. Mir schon. Ich krieg's kotzen hier. Ich vergeude hier gerade total viel Zeit. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie weit der Part ist. Nur um eine Redstone-Schaltung hinzukriegen. Oder du hast gesagt, nicht mal die Redstone-Schaltung, sondern erstmal nur, dass der Piston läuft. So, dann kommt vor den Piston ein Block davon. Dann kommen hier zwei Blöcke davon hin. Und dann kommt da Wasser hin. Wasser habe ich natürlich nicht mit. Ich würde mal sagen, das war's erstmal mit dem Part. Ich habe keine Ahnung, wie lange der geworden ist. Tschüss. Ahoy. Okay.